Grüß euch, ich bin der Klaus Gößweiner, Ultraläufer aus dem Haus im Enstol. Ich habe ein großes Projekt vor, Crossing Styria, Ultra-Trail-Lauf von Grazer Schlossberg bis auf den Gipfel des Dachsteins. Das heißt, von der Landeshauptstadt bis auf unseren höchsten Berg von der Steiermark. Non-stop am 18. und 19. Juni, Start um Mitternacht in Graz am Schlossberg. 230 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, nur mit meinen zwei Füßen und das Ganze natürlich non-stop in einem durch. 40 Stunden sind geplant und ich würde mich echt wild freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch entlang der Strecken irgendwo treffen würde. Ihr könnt mich live mitverfolgen über die Live-Tracking-App Praktalis, kostenlos downloadbar im App Store und über die Dynafit Homepage. Ich bin bereit, seid dabei. Ich würde mich echt freuen.